Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu der Riftbreaker. So, wir werden es mal schauen. Cool, ist ziemlich weit weg hier. Was? Fucking Protoss schon wieder. Was war hier? Da war irgendwas. Ah ja. So. Ah, wir brauchen hier eine Pumpe. Fuck. Okay. 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 So. Wir werden auch schauen, was hier drin ist. Für den Fighters etwas drin ist. Ich habe eine Veränderung in Wind Power. Das kann unsere Wind Turbine verhindern. Nichts ist drin. Okay. Das ist ein Wind. Das wird die Wind Turbine verhindern. Das wird die Wind Turbine verhindern. Gut, das wäre... Gut, das wäre ein Solarpanel. Das ist, was hier passiert. Oh. 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 Oh ho 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 ho! Das ist die Möglichkeit, die wir in der Welt verletzten können, wenn es die Rift-Station verletzten könnte. Wir haben alle die Wäden der Wäden der Wäden in dieser Umgebung gelegt. Ich konnte unsere Herstellung gut-einander, dank der Daten und die Morphium-Kreise, die wir hier gemacht haben. Ich habe eine neue Pläne, die mit der Wäden der Wäden der Wäden der Wäden der Wäden, so ähnlich wie diejenigen, die wir in dieser Umgebung haben. Okay, wir sollten Riffjumpfen zu dieser Location so schnell wie möglich. Hier kriegen wir sowieso noch nix, das können wir wieder abreißen dann. Oh man, oh man, oh man. Riffjump successful, I am detecting strong dark energy wave emissions, but I cannot pinpoint the exact location. We need to gather more readings. Roger that Mr. Riggs, let's scout the area. Maybe we can find that spot ourselves. Hm. Oh, da sind die schon wieder. Wie denkst du, wir sollten diese alten Aliens nennen, Mr. Riggs? Based on the data we gathered, I would classify them as a Type 4 advanced extraterrestrial Morpheum based civilization. Okay, let's cut that short and call them Exmorph from now on. Acknowledged. It fits well. Da können sie nicht wirklich erforschen. Ah, oh Gott, die explodieren auch noch. Mal sehen Sie eine weitere Sch evenly. Halt calm. Jetzt sind wirklich Marsch. Não ist lieblich super gut. oh prepare for an ion storm the ion storm is disabling our equipment new technology has been developed new blueprints are available for crafting research completed what are these? ok what do they need to be available oh idiot they had already been released plasma cannon so more damage why not fire damage bye i think they have a little bit out Not an Ironstone, da ist ja ganz schön langer. Schlecht, weil man sieht ja mal, ne? Aber gut, dass sie ja auch an den Probeid ernst gibt. Oh, viele Gegner in der Gegend. Wieder so Broters. So, dann sind wir auch noch gegen uns. So, okay, dann müssen wir wieder. Oh, fuck. Oh, fuck. So, okay. So, okay. So, okay. auch wieder natürlich ich habe einen Schuss mit einem Schuss ich habe einen Schuss mit einem Schuss Die ist! Jetzt gibt's euch die Zeit, dann haben wir noch, ok? Und weiter in diese Lichter... ... Ha! Verdammten Brot, das ist ja ein... Hm, das war irgendwie anders ein bisschen gerne da auszahlen. Wahnsinn. Ah, da geht's auch einfach. Die Geist auch fusten. Und hier wir sind. Oh ja, damit... Wie können wir was? Das war falsch, ja? Haha! A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. How did these towers appear out of thin air? We probably couldn't detect them with our senses. They must be using dark matter in their technologies. Any technology that's sufficiently advanced is indistinguishable from magic. That sounds about right in this case. We can't directly detect dark matter and dark energy, but we can see the effects of its influence. That is correct, Ashley. All of my dark energy readings are based on changes in the local environment that cannot be explained in any other way. For example, dark matter can affect gravity, but it does not interact with electromagnetic waves, including light waves. Modern magic in its purest form. This looks like a crash site. I can see a wing fragment over there. I think a small spaceship hit the ground on the spot and broke up into pieces. We should remove all hostile presence from the area before we try to study this site in more detail. The ship's core is partially intact. Some processes are still functioning. How can you detect that? Isn't this supposed to be unknown alien technology? Some of these mechanisms are quite similar to ours. A lot of them are based on known rules of physics. Except the ones that use dark matter. Maybe these aliens are just one step ahead of us. We could power up this core if we deliver a large enough initiating charge. Do you think we could get some data out of the ship's computer? I think that could be possible. At least we could learn more about how their technology operates on a fundamental level. Okay then. Let's build up enough energy storage capacity, fill it up and connect it to the ship's core. Let's see if there is calm. Let's move. Let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! der macht 40.000, also da haben wir 10 von denen ich mache das noch Morphium Kraftwerk da haben wir schon mal neue Sachen Energiemauern Technologien für Entwicklung Not too good Ja, da können auch die Türme gleich verwenden. Oh, die kommen ja wahrscheinlich von oben. So, okay, Energie steigt, rasant. Okay, wir verbrauchen schon 150. Ich zerstöre alle Bio-Fabriken in der Umgebung. Was denn für Bio-Fabriken? Okay, die sind ganz woanders. Warten wir mal auf die Energie zuerst. Die machen eh gleich. Schau mal, die machen 60, die machen auch 60. Okay, das heißt, wir sollten wirklich keine Vitroldike hier bauen. Gut, Freunde, das war's eh erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich für die Zuschauer-Anzeige. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!